1. August 2020, Pyrus Pyrifolia Asia Birne, Sorte Shenzeki mit Ablösungen aus den Früchten, eine Albubergetner mit Almaty und mit Almazien wahrscheinlich eine Longwood. Fuchtansatz, hier unten, ein neues Projekt mit alten Tontöpfen zeigen, Richtung Süden und Westen zeigen. Perretta, Janot, Almazien, Duary, Econtesina, die wir jetzt dann schnell eingießen werden. Ich muss sie uns mal wieder zeigen. Jo, noch mal mit dem. So. 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 So.